Und darf zur vierten Reihe, zum vierten Talk der AI Academy von AI Startup Rising begrüßen. Wir haben heute als Gast Jochen Papenbrock von NVIDIA am Start, der gleich auch noch ein bisschen was zu sich und seinem Talk erzählen wird. Und ich würde ganz kurz noch mal ein paar Worte zu AI Startup Rising verlieren. Wir sind eine von vier KI-Modellregionen, ausgezeichnet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, neben Berlin, Hamburg und München. Und die AI Academy ist ein Format, das jetzt seit drei, vier Monaten etwa läuft. Alle zwei, drei Wochen haben wir einen Experten-Talk zu unterschiedlichen Themen. Immer sehr AI-zentriert, manchmal ein bisschen Entrepreneurship-lastiger, manchmal ein bisschen Research-lastiger. Heute würde ich sagen, bewegen wir uns irgendwo genau in der Mitte. Also ein ziemlich spannendes Thema, was der Jochen auch mitgebracht hat. Und wir hatten gestern unsere Auftragsveranstaltung, da wird es morgen auch noch mal den Link dazu geben, um die sich nachträglich anzugucken. Und als nächstes in der Pipeline, da kann auch der Jochen nachher noch mal was drauf hinweisen, wird darauf hinweisen. Wir haben auch den Sebastian heute schon hier mit in der Gruppe, wie ich sehe. Der wird nämlich den nächsten Talk dann Ende Juni übernehmen, auch zum Thema Trustworthy AI. Das soll es an der Stelle als Einleitung gewesen sein. Jochen, ich würde an dich übergeben. Ja, super. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wir unterstützen ja auch AI-Startup Rising. Und ja, ich denke, hier wird echt viel passieren die nächsten Monate, dass wir hier so ein richtiges KI-Innovationszentrum gemeinsam aufbauen, dass wir die Forschung da haben und eben Hightech- und Deep-Tech-Startups hier, also denen einfach helfen, gut Fuß zu fassen, sich zu vergrößern und auch natürlich Investoren hierher zu holen. Größere Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann und halt auch die Talente. Und es gibt ja auch vom hessischen Digitalministerium so eine Veröffentlichung über die KI-Strategie. Da steht ja auch drin, eins der Handlungsfelder ist ja auch eben, entsprechende KI-Infrastruktur auch aufzubauen, wie zum Beispiel so Rechencluster. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich werde da heute auch ein bisschen was darüber erzählen, was man dann mit sowas machen kann und wie das halt auch Startups nutzen können. Und wir müssen halt auch dafür sorgen, dass ja im Prinzip mögliche Roadblocks den Startups aus dem Weg geräumt werden. Dazu zählt das, was ihr tut, was wir tun, einfach Hilfestellung zu leisten, die Infrastruktur zu beschaffen, aber eben auch im Hinblick auf die KI-Regulierung vielleicht schon mal ein bisschen vorzubereiten, dass wir halt Richtung ja, Trustworthy, Explainable AI kommen. An einigen Geschäftsmodellen sozusagen ist natürlich nicht überall muss man ja, seine Blackbox sozusagen, die man trainiert hat, irgendwie komplett erklärbar machen. Aber es gibt halt so bestimmte Branchen, sage ich mal, wo es, denke ich mal, sehr sinnvoll wäre, sich darum zu kümmern, weil der AI-Act steht im Raum, der geht auch nicht mehr weg. Und abgesehen davon ist es ja auch nicht nur regulatorischer Druck, der da sozusagen kommt auf die stark regulierten Branchen wie Healthcare, Finance, Defense, Public Sector, sondern einfach auch der Konsument erwartet das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dass eben KI-Geschäftsmodelle so aufgebaut sind, dass die zugrunde liegende, dass der Motor dieses Geschäftsmodell, nämlich das KI-Modell, dass das halt vernünftig läuft, ein gutes Risikomanagement, da ist eine AI-Governance vorhanden ist und dass man auch, denke ich mal, innerhalb der Startups oder bei den Leuten, die diese Modelle halt bauen, einfach auch Werkzeuge nutzt, um einfach nochmal tiefer reinzuschauen, um zu schauen, wie groß ist denn der Bias in dem Modell, was sind die treibenden Faktoren des Modells mit verschiedenen Methoden erklärbar gemacht, wie robust ist das Modell, gibt es da ein Modell- oder Concept-Drift oder vielleicht auch, wie resistent oder resilient ist das Modell gegen Attacken von außen. All diese Dinge sozusagen sind ja Bausteine für eine Trustworthy AI. Es gibt da jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Industrie, die sich da entwickelt. Wir haben jetzt hier in Hessen ja auch den VDE und andere, die mit dem Digitalministerium zusammen das AI-Quality- und Testing-Hub aufbauen. Also eine ganze AI-Testing-Industrie entsteht da. Da gibt es so Schätzungen, dass in zwei, drei Jahren da die Industrie mehrere Milliarden Volumen schon hat, Umsatzvolumen. Wir haben natürlich auch große Player jetzt schon gesehen, die in den Markt eingestiegen sind, wie zum Beispiel die Münchner Rück als global größte Rückversicherung. Die haben ja schon ein Programm gehabt, wo sie auch Startups helfen, KI zu versichern und haben auch schon jetzt eben angefangen, KI zu zertifizieren, also auch diese Prüfung der KI. Und darüber will ich heute ein bisschen was erzählen und auch über Accelerated Computing und Computing-Plattforms, Supercomputing, wie man das hier einsetzen kann und auch so ein bisschen wie NVIDIA arbeitet und wie NVIDIA vor allen Dingen auch zusammenarbeitet mit den Startups, weil wir als Computing-Plattform haben ja gar keine Lösungen. Wir haben sozusagen bestimmte Tools, die jetzt dann Startups nutzen können und wir haben schon vielen, vielen Startups geholfen, einfach schnellere, bessere Modelle, kostengünstigere Modelle auch zu bauen und in Zukunft dann eben auch transparentere und erklärbarere Modelle zu bauen. Ja, das würde gewisse Roadblocks entfernen, sozusagen, die man oder Hindernisse, die man haben könnte als Startup, die einen daran hindern könnten, zu expandieren. Gut, der Langrede kurzer Sinn. Ich gehe jetzt einfach mal hier so in ein paar Slides rein. Genau, vielleicht kurz zur Vorstellung, was ich so mache. Also, ich bin eigentlich seit 15, 20 Jahren oder so im Frankfurter Raum unterwegs und mache hier Financial Technology, KI, mal als Berater früher in den Banken, dann als Startup-Unternehmer selber, habe darüber auch das Inception-Programm kennengelernt von NVIDIA und seit fast zwei Jahren bin ich jetzt eben bei NVIDIA unterwegs im Bereich Financial Technology und da arbeiten wir halt mit großen Banken, Versicherern zusammen, Investmentfirmen, aber eben halt auch mit sehr vielen Fintech- und Insurtech-Startups und bringen die natürlich auch zusammen. Das Thema Trustworthy, Explainable, darüber bin ich eigentlich so ab 2018, 2019 gestolpert, sozusagen. Da hatte mein eigenes KI-Fintech-Startup mitgemacht bei einem EU-Projekt, wo 20 Universitäten involviert waren und auch die Finanzaufsichtsbehörden und die Finanzindustrie in Europa. Und da ging es eben um die Risiken von KI im Bereich Finanztechnologie. Und da durften wir dann auch ein paar Modelle entwickeln und haben Explainable AI als eins der Hauptthemen halt gehabt. Und dieses Modell lebte weiter sozusagen in einem GAIA-X-Projekt, was ich danach dann mitbegründet habe, das hier im hessischen Wirtschaftsministerium mit angesiedelt ist, beim sogenannten Finance and Insurance Data Space. Da werde ich nachher auch noch kurz was zu erzählen. Da haben wir nämlich ja im Prinzip Tools und so weiter gebaut, wie man KI erklärbarer und vertrauenswürdiger machen kann mit Hilfe von Rechenpower und Automatisierung. Genau. Vielleicht kurz zu NVIDIA, damit jeder auch noch mal versteht, ja, was wir sind, was wir machen. Sicherlich angefangen hat das Ganze mit den sogenannten GPUs, also Graphics Processing Units im Bereich Spiele, Gaming. Spieleproduktion oder vernünftige Grafik bei Spielen ist eine extrem komplexe Sache. Und darum haben die GPUs dort gute Dienste geleistet. Und das tun sie auch immer noch halt mit Informationen parallel zu verarbeiten. Und dieses Prinzip parallele Informationsverarbeitung kann man natürlich auch auf völlig andere Bereiche ausbreiten. Das haben wir eben auch getan, systematisch mit unseren Enterprise GPUs, zum Beispiel für Monte Carlo Simulationen oder eben halt auch seit 2014, 2015 für Deep Learning. Und mittlerweile haben wir so ein ganzes End-to-End-Stack gebaut, also viele Software, eben Programme frei zum Download, die wir da anbieten, womit man eben in Python und C++ und so weiter seinen ganzen Data Science Workflow, wie man ihn kennt, halt aufbaut und dann eben entsprechend mit GPUs beschleunigt. Und ich weiß, dass bei Hessian AI auch einige Aktivitäten laufen Richtung Supercomputer oder einfach Computing Cluster mit GPUs. Also darauf könnte man so ein Programm eben auch laufen lassen, auch die Startups, die das vielleicht mal benutzen können. Aber man kann halt auch einfach zum Beispiel in der Cloud, in allen großen Clouds, sich eine GPU anmieten für eine Stunde und einfach üben und trainieren. Also es ist im Prinzip egal, wo das stattfindet. Die Software funktioniert überall gleich. Und interessanterweise sind unsere Leute auch eigentlich gar keine Hardware-Ingenieure mehr, so viele, nur 30 Prozent. Also die anderen 70 Prozent sind wirklich Softwareleute, die halt die oftmals kostenlosen Software-Packages bereitstellen, sodass man halt einfach möglichst einfach dieses beschleunigte Computing bauen kann. Damit sind wir übrigens mit dem Konzept insgesamt zur aktuell zehntwertvollsten Firma der Welt geworden. Also das heißt, KI im Rechenzentrum, in der Cloud ist halt eine Riesensache und ein paar andere Technologien sind da noch mit dem Spiel wie Simulationen und auch eben Omniverse, wo ich nachher noch mal kurz drauf komme. Das ist sozusagen eine 3D-Visualisierungsumgebung, fotorealistisch mit physikalischen Eigenschaften, was natürlich sozusagen eine super Technologie auch für das Metaverse ist der Zukunft. Und wir arbeiten mit über 10.000 Startups weltweit zusammen. Diese Arbeit ist, ja das ist recht simpel für die Startups. Die können einfach sich anmelden sozusagen am Inception-Programm und können dann in halt unsere Technologie einfach mal ausprobieren, testen, mit uns auch zusammenarbeiten und auch mit unseren Partnern, wie mit diversen KI-Hubs und Firmen. Also auch einfach ein großes Ökosystem, was da entstanden ist mit Millionen von Entwicklern. Das ist glaube ich auch so ein Mehrwert hier von NVIDIA, dass man einfach dieses ganze Ökosystem auch nutzen kann so für sich. Wir sind bereits umgeben von Supercomputern. Die Rechner hier auch in Deutschland, zum Beispiel in Jülich oder auch beim DFKI und so weiter sind weitestgehend von uns mit aufgebaut worden. Der schnellste Superrechner in England, der Cambridge One, der hat mitgeholfen, Covid-Impfstoffe zu entwickeln und in Luxemburg steht der aktuell grünste Supercomputer Europas, der Meluxina-Rechner. Genau und uns ist halt immer wichtig, auf die Performance abzuzielen. Also wie kann man möglichst schnell diverse KI-Workloads hinbekommen, sowohl im Training als auch in der Inference, also in der Benutzung, in der Produktion. Denn wenn ich schnell hinbekomme, zahle ich einfach weniger und kann viel mehr Modelle bauen und kann viel mehr sozusagen auch die knappe Ressource des Data Scientists oder des Teams halt nutzen. Die können viel kreativer sein und viel mehr schaffen einfach, wenn ich denen eine vernünftige Infrastruktur hinbaue. Gerade Startups haben ja mitunter auch teure Data Scientists im Einsatz und wenn die halt morgens erstmal ein paar Kaffee trinken müssen, um auf das Laden der Daten zu warten, dann ist das vielleicht nicht unbedingt effizient. Diese ganzen Software-Pakete, von denen ich gesprochen habe, die haben wir so weit ausgearbeitet, dass man ganze Applikationen halt damit bauen kann selber. Da geht es um Data Science Visualisierung, da haben wir dieses Rapids Framework, das ist wie Python, quasi bloß schneller. Dann gibt es Merlin, dass diese Recommendation Engines, also alles, was im Retail-Bereich online und so weiter stattfindet, Next Best Product und so weiter. Das kann man mit diesen Recommender-Systemen halt bauen. Dann klar das ganze Thema Vision, Computer Vision und auch natürlich Natural Language Processing, also Avatare, Chatbots und so weiter. Übrigens auch große Modelle, wie zum Beispiel die Transformer-Modelle oder GPT-3-Modelle, die ja jetzt auch in aller Munde sind, die sind meistens auch trainiert auf größeren GPU-Clustern. Und wir haben da auch eine Software dazu, neben Omega Tron, die ist Open Source. Damit kann man sich theoretisch auch mal ein größeres Cluster nehmen, wenn man die Gelegenheit hat, dort auch ein paar Tage zu trainieren und dann eben auch große Sprachmodelle zu entwickeln, die natürlich ganz andere Eigenschaften haben. Ich kann halt mit wenigen Prompts oder Shots sozusagen das Modell dazu bringen, ganz andere Dinge zu tun und mit wenigen Labels zu trainieren. Und wir haben es auch möglichst einfach gemacht, den Startups und auch anderen Firmen halt diese Modelle halt zu nutzen, also Computer Vision-Modelle oder Bird-Modelle, indem ich einfach diese Modelle runterlade. Die sind schon vortrainiert von seinem eigenen Superrechner in Kalifornien und dann kann man die auf seine eigene Umgebung halt anpassen. Das alles findet sich auf dieser sogenannten NGC. Das ist einfach eine Art Download-Bereich, wo man Container und vorkonfigurierte, optimierte Modelle und und so weiter vor vortrainierte Modelle runterladen kann. Das ist dann sozusagen, das ist fast alles gratis, dieses Ganze. Man braucht halt einfach zumindest eine GPU. Im Bereich Financial Services haben wir halt einiges gemacht Richtung Startups. Ich habe einfach mal hier ein kleines Video mitgebracht, würde das einfach mal kurz abspielen, damit man mal sieht, mit welchen oder wie wir mit Startups zusammenarbeiten. Die tauchen dann halt später hier in diesen Videos auf, wo dann so ein bisschen gezeigt wird, was da passiert. Ist auch eine Firma dabei, nennt sich Fittler, die macht sehr einfach, was da passiert. Ich bin ein Teil des Geistens. Ich bin eine Einwohner, die Ihnen die Bedeutung, um die Begründung, um die Fahne zu betrachten, um das finanzielle Herausforderungen zu erinnern, um die Begründung, um eine bessere Zukunft zu verändern. I am identifying risks before they happen making every interaction safer and fighting fraud from a single pane of glass or even the sound of your voice sure I can do that I am keeping you protected in a changing world in making you whole faster I am accelerating success finding the details in the data to power faster, more comprehensive decisions and inspire new beginnings I am partnering to build new futures expanding the horizons of finance and collaborating with dreamers big and small I am AI brought to life by NVIDIA and financial innovators everywhere Heaven Killers so diesmal als keine inspiration Also da sind halt kleinere Startups dabei gewesen aber auch große Kunden wie zum Beispiel Ping An größte oder einer der größten Versicherer in China mit 170 Millionen Kunden. Genau, und mit unterschiedlichsten Partnern arbeiten wir da halt zusammen. Und jetzt steigen wir mal in das Thema ein, worum es ja heute hauptsächlich gehen soll, Computational Trustworthy AI und KI-Zertifizierung. Da haben wir so einiges gemacht, haben auch diese übrigens Beispiele, die wir hier zeigen, alle veröffentlicht, also der Code zu diesen Use Cases ist frei verfügbar. Da haben wir uns natürlich einmal angeschaut im Bereich Kreditrisiko als sogenannte Hochrisiko-Applikation im AI-Act, halt im Fokus sozusagen. Und da muss man halt jetzt so einige Dinge tun, um so ein Credit-Scoring-Modell, wie es ja auch bei vielen Startups aufgebaut wird, halt mit alternativen Daten und KI, wie man da eine Plattform baut mit Software, um dieses Modell zu erklären. Haben das auch gemacht mit der Münchner Rück, das geht dann eher so Richtung Portfolio-Management, Robo-Advice und haben, wie gesagt, auch diese Codes und Use Cases reingegeben in das Gaia-X-Projekt und dort mit verschiedensten Partnern gemeinsam weiterentwickelt. Einer der Partner, mit denen wir das da machen, ist VMware Dell, mit dem wir auch jetzt hier am Frankfurter Flughafen so ein kleines Democenter gerade aufbauen, wo wir diesen Expandability-Use-Case aus dem Bereich Credit-Scoring halt zeigen. Genau, und da sollen auch noch mehr folgen an der Stelle. Warum ist das sozusagen wichtig mit der Interpretierbarkeit? Das ist halt in diesem Augenblick halt auch eine Frage der Regulierung. Wir haben hier die Europäische Bankenaufsicht, die halt hier so ein Diskussionspapier hat und sich darüber äußert, was ich eigentlich beachten muss, wenn ich eigene Modelle, Kreditrisikomodelle baue und eben dort Machine Learning einsetze. Und einige der Methoden, die dort diskutiert werden, sind grafische Tools, also die ich bauen kann, um einfach sozusagen innerhalb der Organisation, innerhalb des Startups, innerhalb der Modellierungstruppe halt besseren Zugang zu haben und auch sogenannte Shapley-Values, also eine Methode, um aus einem Blackbox-Machine-Learning-Modell Informationen zu ziehen und eben einen Eindruck davon zu bekommen, welche Eingangsvariablen die wichtigsten waren, und welches waren die zweitwichtigsten, um auch dies zu nutzen zu Validierungszwecken. Die haben es auch selber schon hier festgestellt, das ist natürlich recht rechenintensiv so eine Sache. Wir haben einfach mal einen Prototypen dafür gebastelt und haben hier, wie gesagt, auf dem aufgebaut, auf dem Use Case, den wir mit dem EU-Projekt mal erstellt hatten, mit den sogenannten Shep-Clustern, das heißt, wir haben hier nicht nur so eine Sicht auf einzelne Datenpunkte und welche Variablen hier entscheidend sind, sondern eben auch auf Cluster von Datenpunkten, weil die kann man eben auch bündeln nach Ähnlichkeit, das ist ein Similarity-Clustering ist das, so eine Punktwolke zum Beispiel beinhaltet jetzt Kreditkunden, die alle eine ähnliche Erklärverteilung haben sozusagen. Also hier spielen dieselben Features hier eine Rolle in der Kreditentscheidung sozusagen, in dem Credit-Scoring. Und dieses grafische Tool, das sehen wir hier, jetzt kann man halt interaktiv sich einzelne Datenpunkte anschauen oder ganze Punktwolken, ganze Kundengruppen oder sogar auch das ganze Modell. Und das hilft einem dann schon zu schauen, wie es zum Beispiel dieses Cluster beschaffen, welche Input-Features machen, sind hier die Treiber sozusagen, um das auch zu validieren. Denn wenn jetzt zum Beispiel irgendein Cluster tatsächlich nur eine bestimmte Variable als Haupttreiber hätte, wäre das jetzt ungewöhnlich. Vielleicht ist das Modell dann auch nicht korrekt. Und man müsste Teile des Modells austauschen und vielleicht den Datensatz zerlegen und verschiedenste Modelle hier bauen. Also ist auch zur Validierung gut gedacht. Man kriegt halt jetzt so eine Art Hand oder Griff an das Modell und kann jetzt halt auch das Modell verbessern. Allerdings ist es halt, wie gesagt, recht rechenintensiv. Und da kann ich jetzt mal kurz einen Mini-Exkurs geben, wie man jetzt halt das Ganze beschleunigt. Also wenn man sowas zum Beispiel für ein Bankportfolio rechnet oder für ein größeres Peer-to-Peer-Landing-Network, wo ja viele Startups auch unterwegs sind, dann würde das mehrere Tage wahrscheinlich dauern, um im Nachgang aus so einem fertig trainierten, austrainierten Blackbox-Machine-Learning-Modell diese Shapley oder diese Explainability-Informationen zu extrahieren. Und deshalb muss man das möglichst beschleunigt tun, um einfach frühzeitig schon zu wissen, hat das Modell eine Aussagekraft, macht das Sinn, das Modell, kann ich das in der Produktion verwenden später. Und Accelerated Computing, wie wir es hier verwenden, basiert erstmal auf dem normalen Workflow. Ich habe eine Art Preparation der Daten, also Normalisierung, Standardisierung. Vielleicht werden dort Fehler identifiziert, bereits mit KI, Outlier Detection oder halt auch, was viele machen halt, sind die Daten anreichern, diese Amplification mit synthetischen Daten, wo ich ja auch wieder KI benutzen muss. Und Pandas ist ja eins der Lieblingstools sozusagen, um diese Data Frames zu bearbeiten. Viele gehen dann her und nehmen zum Beispiel XGBoost, also Machine Learning-Modelle, oder vielleicht gibt es sogar noch eine Analyse mit Netzwerken, Netzwerken, dass ich mir die Verbindungen zwischen Daten insbesondere anschaue, Graph-Analytik. Oder ich gehe halt gleich auf das Deep Learning und nutze die üblichen Frameworks wie TensorFlow, PyTorch und so weiter. Vielleicht gibt es auch noch eine Visualisierungskomponente, wie wir eben schon gesehen haben, mit diesen grafischen Tools. Das ist alles wunderbar. Wir haben eine riesen Python-Community. Ständig gibt es neue Pakete und Verbesserungen. Das ist ja ständig weiterlernendes, sich immer weiterentwickelndes System. Sicherlich einer der Hauptpunkte auch dafür, dass KI heute so verbreitet ist. Problem allerdings hier ist, ja, wir haben ein Bottleneck. Also man kann eigentlich ewig auf die Modellausführung warten. Und daher haben wir halt Systeme gebastelt, die im Prinzip genau den Workflow ermöglichen. Und jetzt habe ich, statt Pandas nutze ich jetzt hier das sogenannte QDF, also DataFrame. Statt dem Machine Learning nehme ich QML. Statt dem TensorFlow-PyTorch nehme ich die GPU-beschleunigten Varianten davon. Das kann man sich alles runterladen. Und voila, ich habe dann im Endeffekt so einen End-to-End-Workflow, der durchbeschleunigt ist und kann das auch mit solchen Frameworks wie Dask halt auf viele GPUs ausrollen. Gerade wenn man ein Cluster mal hat für ein paar Stunden, macht das natürlich Sinn. Und der Trick ist sozusagen auch nochmal, dass ich diese ganzen Operationen durchgängig auf dem GPU-Memory durchführe, wodurch ich halt nochmal einen weiteren sozusagen Beschleunigungseffekt bekomme. Denn diese Kopiervorgänge zwischen CPU und GPU-Memory sind halt sehr zeit- und rechenintensiv. Die Leute, die jetzt Apache Spark zum Beispiel nutzen, um diese Datenvorverarbeitung und das XGBoost-Training zu machen, können hier auch den Rapids Accelerator nehmen. Rapids ist einfach dieses Python-End-to-End-Accelerated-Data-Science-Konzept sozusagen. Und wir sehen in diesem konkreten Beispiel, mit dem 11 Millionen Kundendatensätzen im Creditscoring, dass wir unterschiedlichste Schritte haben. Also hier Lesen von CSV-Files, Merging, XGBoost-Training, Shapley-Value-Extraktion. Und wir sehen überall Beschleunigungsvorteile. Hier zum Beispiel das Lesen der Daten mit GPU 38 mal schneller. Merging 115 mal schneller und so weiter. Das haben wir nicht weiter optimiert. Das war einfach mal so ein erster Versuch hier und haben wir mal durchgemessen. Und diesen ganzen Code, also auch GPU-beschleunigt, haben wir halt in das Skyrx-Projekt auch reingegeben. Das kann jeder nutzen. Man kann es auch natürlich ohne GPUs nutzen. Das ist einfach ganz normaler Python-Code. Der läuft dann halt ein bisschen langsam. Ja, und das ist eigentlich auch schon die ganze Idee dahinter. Also wir nehmen halt sozusagen Beschleunigung von Compute sehr ernst. Wir machen mit bei MLPerf. Das ist so eine Industrie-Benchmark für KI-Modelle. Sowohl vom Training her als auch vom Inferencing führen wir da die Rekorde an. Und es gibt natürlich auch im Bereich Simulationen von Risiken. Da gibt es Stack. Das ist eine andere Benchmark sozusagen. Die führen wir auch an. Also da geht sehr viel Energie rein bei uns, dass man diese schnelle Performance überall hat. Und wir haben halt auch viel reingesteckt, dass man es überall konsumieren kann. Sowohl in der Cloud als auch On-Prem, was für Startups halt besonders wichtig ist. On-Prem ist natürlich mitunter, kann das enorme Kostenvorteile nochmal bieten, weil so Cloud-Rechnungen natürlich auch steigen können. Je mehr ich da rechne einfach und wenn man es schafft, das On-Prem-Cluster auszulasten, dann kann ich da natürlich auch Kosten sparen im Endeffekt. Und da gibt es super Tools, mit denen man auch GPUs teilen kann, zwischen verschiedenen Gruppen und Abteilungen. Und sogar so eine einzelne GPU lässt sich heutzutage zerlegen, so Art partitionierungsmäßig, dass ich da bis zu sieben Workflows drauf machen kann. Eins für Training, das andere für Inferencing. Also es geht einfach darum, die Infrastruktur möglichst komplett auszulasten, dass die GPUs halt immer 100% laufen sozusagen. Und das ist die Plattform im Endeffekt. Accelerated Computing von der Hardware bis zur Software, alles passt zusammen sozusagen. Und alles ist auf Beschleunigung ausgelegt. Alles ist einfach konsumierbar, indem ich mir diese SDKs halt auf der NVIDIA GPU Cloud runterlade. Das ist keine echte Cloud, wo ich was rechne. Das ist einfach nur zum Download der vortrainierten Modelle. Oder ich ziehe mir halt die Docker-Container, wo halt die beschleunigten Software-Pakete schon drauf sind. Docker-Pull und schon habe ich sozusagen alles am Laufen auf der eigenen Kiste. Und dann gibt es eben diese Application Frameworks jetzt für zum Beispiel Speech AI oder sogar Simulationen von Quantum Computing oder Recommendation Engines und so weiter. Also da habe ich schon vieles, was vorgebaut wurde, was ich nutzen kann dann im Endeffekt. Das macht es halt sehr einfach. Produktivität steigt und diese Total Cost of Ownership kann man dadurch halt extrem reduzieren, was für Startups besonders wichtig ist, denke ich, dass man nicht zu viel einfach Kosten hat für diese Infrastruktur. Und dass die Data Science Teams sich auf den Business Case und auf die Verbesserung des Modells konzentrieren können und halt auch um die Trustworthiness und Erklärbarkeit des Modells. Dann gibt es noch so ein paar andere Tools, die nicht ganz unwichtig sind, wenn ich in Produktion gehe. Also MLOps-Tools sozusagen, Deployment-Tools. Ich hatte es schon erklärt, wir haben dieses TAO-Toolkit, das heißt einfach nur, ich kann mir vortrainierte Modelle ziehen. Das kann Hugging-Face-Modelle sein, aber es könnten halt auch nochmal die speziell auf GPU optimierten Modelle bei uns sein. Und dann kann ich halt mit Transfer Learning Toolkit einfach diese Modelle für meine Zwecke abändern mit den üblichen Deep Learning Frameworks und sozusagen Feintuning betreiben. Wenn ich fertig bin mit diesem Modell-Training, dann kann ich halt das Modell optimieren. Das heißt, ich kann Quantisation und andere Technologien benutzen, um sozusagen dieses Modell auszudünnen, damit das im Endeffekt viel schneller reagiert nachher. Also da gibt es teilweise Beschleunigungsfaktoren um 1000, wurde da auch schon mal erreicht. Natürlich nicht immer, aber dieser Schritt ist sehr wichtig, also die Optimierung für die Inferenz. Und dann haben wir am Ende der Kette sozusagen hier diesen Triton Inferenz-Server. Das ist einfach eine Open-Source-Software, die übrigens auch mit CPU funktioniert und auch mit GPUs, mit vielen GPUs. Und das ist eine der besten skalierbaren Applikationen, um sozusagen Inferencing zu machen. Und diese ganzen Tools, wie gesagt, hier sind kostenfrei. Und auch das Vorverarbeiten der Daten, wenn ich zum Beispiel so ETL-Prozesse habe, Normierung, Standardisierung von Daten, da kann ich Rapids zum Beispiel benutzen und kann da auch schon echte Geschwindigkeitsvorteile gegenüber CPU erreichen. So haben wir es halt hingebastelt, dass die Leute möglichst einfach diese Sachen benutzen und so einen ganzen Workflow hier aufbauen, um wirklich in Produktion zu gehen und dass solche Modelltrainings und Deployments innerhalb von Minuten passieren und eben nicht Stunden dauern. Das wirkt sich natürlich auch auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Modelle aus, weil ich einfach hergehen kann und viele, viele Modelle gleichzeitig trainieren kann und danach eben auch das Modell auswählen kann, was zum Beispiel den besten Erklärungswert hat, gleichzeitig gute Prognosegüte und eine gute Robustheit erzielt, wenig Bias. Also ich kann sozusagen die Eigenschaften von Trustworthy AI so abgeben und mir sozusagen im Endeffekt ein Multizieloptimierungsprogramm aufbauen und einfach tausende von Modellen ausrechnen innerhalb der gleichen Zeit, wie ich sonst normalerweise vielleicht nur ein oder zwei Modelle hätte rechnen können. Also das ist halt auch ein, denke ich, direkt, also indirekter Beitrag zu Trustworthy AI. Für diejenigen, die zum Beispiel jetzt überlegen, wie kann ich verschiedene Datenquellen zusammenfügen, die eigentlich getrennt in Silos sind, da gibt es so etwas wie Federated Learning natürlich. Das lässt sich direkt kombinieren mit dem Deep Learning Framework, die ich eben gezeigt habe. Und wir haben so ein auch hier Open Source gesetztes Tool, Envy Flare, mit dem man das Federated Learning hier machen kann. Und auch das übrigens lässt sich hier auch wieder auf CPU machen, aber halt entsprechend viel schneller mit GPU oder eben Multi-GPU. Und auch das funktioniert in der Cloud oder auch On-Prem. Ein weiterer Use Case, über den ich ja schon gesprochen hatte, da geht es hier um die Portfolio-Konstruktion. Da hatten wir ein sehr günstiges Setup vorgefunden, haben mit den Leuten von Munich ReMarkets zusammengearbeitet und konnten auch mit Rapids hier wieder Ende-zu-Ende Beschleunigung von 800, ja, Beschleunigung halt erreichen. Und das war jetzt kritisch für die Kollegen dort, weil vorher ging das Ding irgendwie drei Tage zu rechnen und dann war es halt nur noch fünf Minuten. Und damit lässt sich natürlich auch einfach in so einem ganz normalen Business-Tag, wenn da zum Beispiel Kunden reinkommen, die neue Investment-Portfolios mal durchgerechnet haben wollen, kann man die halt sofort bedienen am selben Tag. Also es ist sozusagen kritisch für ein Start-up, sagen wir mal jetzt, dass sie halt zum Beispiel innerhalb des selben Tages mit einer Antwort oder mit einem Beispiel-Portfolio, das customized ist, halt an den Kunden zurückgehen, also dem Kunden das zurückgeben können. Das ist halt mal so ein Use Case, wo das direkt hilft. Das habe ich eigentlich schon erklärt. Also es gibt, was ich gerade vorgestellt habe, Explainability, dass ich sozusagen im Nachgang eines Trainings dieses beliebige Blackbox-Machine-Learning-Modell halt erklärbar mache. Das ist eben rechenintensiv. Das nennt sich Post-Hoc-Explainable-AI mit Shapley-Values. Es gibt übrigens auch halt den Ansatz, hierher zu gehen und synthetische Daten zu generieren mit KI und die halt auch auf das Modell zu schießen sozusagen, um zu schauen, ja, wann bricht das Modell denn eigentlich? Also gibt es irgendwelche seltsames Verhalten in dem Modell? Das kann ich natürlich mit synthetischen Daten hinbekommen. Was wir jüngst auch mal gemacht haben mit einem Start-up aus Österreich zusammen, das war auch super interessant, da haben wir diese Daten, genau die, die ich eben schon gezeigt habe, mit diesem Kreditportfolio, mit diesen 11 Millionen Kunden, da haben wir diese Daten direkt synthetisiert und wollten mal schauen, ob eigentlich die Explainability immer noch die gleiche ist. Und siehe da, also die globale Erklärbarkeit des Modells war die gleiche, obwohl das Modell halt auf diesen anderen Daten trainiert wurde, um mal zu zeigen, was können synthetische Daten erreichen. Es ist da ein Unterschied zu sehen, also wirkt sich das aus, ja. Und das ist natürlich jetzt besonders spannend, wenn ich zum Beispiel Lücken in meinem Datensatz habe. Ich kann nämlich die Erklärbarkeit verbessern des Modells, indem ich einfach synthetische Daten mir generiere und die noch zu den schon bestehenden Daten hinzufüge. Das haben wir dann eben auch gezeigt, wie man sozusagen synthetische Daten in der ganzen Value-Chain mit einsetzt, um die Erklärbarkeit eines Modells zu verbessern. Was einfach ein ganz simpler Effekt auch ist, ist den ganzen Datensatz, ob jetzt vor dem Machine Learning Modell-Training oder danach im Sinne von Shapley-Values, mal auf einen großen Screen zu kriegen. Also wirklich alle Daten ohne Vorfilterung zu visualisieren, mit interaktiven Dashboard-Tools halt in unterschiedlichen Sichtweisen darzustellen. Auch da sieht man dann schon Outlier in den Daten einfach rein durch die optische Analyse oder auch einfach Gegebenheiten in dem Modell, die man dann hier einfach mit optischer Analyse findet. Also und da braucht man halt auch GPU-Beschleunigung, denn so einen ganzen Datensatz ohne entsprechende Vorfilter auf einen Screen zu bringen mit Millionen von Punkten, das ist auf jeden Fall ein Job für GPUs. Hier zum Beispiel sehen wir irgendwie 146 Millionen Datenpunkte, die hier mehr oder weniger auf diesem Dashboard sichtbar sind und ich kann mit diesen Schiebereglern zum Beispiel hier die Einstellung live ändern und habe dann ganz andere Sichten auf die Dinge. Genau, zu diesen ganzen Themen, die ich jetzt hier so mal gerade bisher erwähnt habe, haben wir diverse Blogs geschrieben, wo man halt noch mehr nachlesen kann. Das ist übrigens auch so eine gute Quelle, glaube ich, für die Startups, sich einfach die Developer-Blogs anzuschauen, die frei verfügbar sind. Man muss sich, glaube ich, nur in dem Programm anmelden, da reicht die E-Mail, dann ist man da drin und kann diese ganzen Ressourcen nutzen. Und Gleiches gilt natürlich auch für unsere GTC, das ist so eine große Konferenz, ja eigentlich die größte KI-Entwicklerkonferenz der Welt, die wir jetzt leider online immer machen mussten in den letzten Jahren und Monaten. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 200.000 Registrierungen aus der ganzen Welt und es sind auch viele andere KI-Firmen, die dort präsentieren, auch Startups. Und diese ganzen aufgezeichneten Videos und Beiträge lassen sich eben auch auf der Website bei uns anschauen und da kann man sich super inspirieren lassen auch mal von anderen Startups und Firmen, was die halt auch gemacht haben. Also ganz praktisch sozusagen, was haben die Entwickler gebaut, wie haben sie es gemacht, welche Tools wurden da verwendet und so weiter. Da gibt es eben auch Webinare, hier dieses eine, was wir hier gemacht hatten mit dem Startup aus Österreich, mit Mostly AI, wo wir synthetische Daten genommen haben, um die Erklärbarkeit des Modells zu verbessern. Diese Use Cases und Anwendungen haben wir halt mit mehreren Partnern weiterentwickelt, haben sie in dieses Projekt bei GaiaX hier mit reingegeben, Financial AI Cluster nennt sich das, hat einfach zum Ziel, eine Art wirklich Plattform zu bauen, um den Startups und auch größeren Firmen zu helfen, entsprechend ihre KI zu verifizieren, zu validieren, einen AI-Governance-Prozess aufzusetzen und auch der Zertifizierungsindustrie, also KI-Zertifizierungsindustrie halt zu helfen, solche Tools zu entwickeln. Und wir wollen ja auch daran arbeiten, dass diese Tools weiter sich vielleicht auch ausbreiten, innerhalb von dem GaiaX-Projekt, auch gerne außerhalb, das lässt sich ja auch unabhängig davon verwenden. Ich denke, am Ende des Tages, wenn wir damit erfolgreich sind und wir sind ja auf einem guten Weg, dann haben wir da viele Firmen, die daran mitarbeiten, so wie jetzt schon. Da sind halt schon der VDE, das heißt, das Beispiel unterwegs, Hewlett-Packard-Enterprise, VMware und viele Startups, die mithelfen halt auch. Und dann können wir es hinkriegen, sozusagen die Eintrittsschwelle in KI auch mit Trustworthy AI zu senken, denn es ist ja nicht ganz wenig Aufwand, sozusagen diese AI-Compliance hinzubekommen. Also muss man schon einiges für aufbauen und das ist nicht nur mit MLOps-Tools getan. Da muss man halt schon solche Expandability-Methoden, wie hier dargestellt, halt implementieren. Und dadurch, wenn man hier so eine Art Marktplatz sogar aufbaut oder so eine Art Plattform und sich das teilt, dann würden halt auch kleinere Firmen in den Genuss kommen, diese Sachen zu nutzen und dadurch würde sich die KI halt noch weiter überhaupt verbreiten. Und das kann ja nur im Prinzip für alle ein Zusatznutzen sein. Und an dieser Mission, an diesem Projekt arbeiten wir in dem Financial AI Cluster. Und wir schauen uns da aktuell jetzt verschiedene Use Cases im Bereich Financial Services an, aber sind auch durchaus am überlegen, wie kann man diese Tools auch anderen Branchen und Startups und so zugänglich machen. Und im Financial Services Bereich gucken wir uns halt so die wichtigsten Use Cases an, die es da gibt. Das ist natürlich das Credit Scoring, was wir eben gesehen haben. Oder jetzt gehen wir auch natürlich Richtung Fraud Detection, Anti-Money Laundering. Aber auch ganz wichtig im Bereich Sustainable Finance und ESG, also Environmental Social Governance. Was können wir dort tun mit Daten? Können wir zum Beispiel Earth Observation Data nehmen, um Supply Chains und Firmen besser zu analysieren und auch zu schauen, wie nachhaltig sind diese Firmen. Und diese KI-Modelle, die da benutzt werden, also aus dem Bereich Natural Language Processing oder Geospatial AI, die müssen natürlich auch erklärbar gemacht werden. Insofern bauen wir hier XAI, TAI, also Explainable AI, Trustworthy AI-Konzepte ein und implementieren gemeinsam diese Use Cases hier. Das ist genau das Thema. Übrigens eines der anderen Schwerpunktthemen halt ESG, also Sustainable Finance Technologies. Wie kann ich jetzt hergehen und ja, mehr Vertrauen in diese Branche, sozusagen, wie kann ich da mehr Informationen über die Firmen bekommen und wie kann ich hier Modelle trainieren. Da geht man auf Earth Observation Data, Geospatial AI und so weiter. Und wir explorieren hier auch solche Techniken wie Omniverse, also einfach 3D-Visualisierung und Kollaboration. Da gibt es auch schon ein sehr großes Projekt, was leider, leider noch nicht fertig ist. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Das ist nichts weniger als das größte KI-Supercomputing-Projekt, das wir derzeit so auf der Welt haben. Da geht es einfach darum, ja, den Klimawandel zu prognostizieren, indem man sehr granular die physikalischen Verhältnisse auf der Erde simuliert und mit Echtdaten, Earth Observation Data halt anreichert. Und da kommen sozusagen auch alle NVIDIA-Technologien hier wieder zum Einsatz, nämlich Simulation, KI und Omniverse-Technologien, also Visualisierung, 3D-Visualisierung. Und bis das Projekt fertig ist, dauert es halt noch, aber wir haben unterwegs schon viele sozusagen Zwischenstufen, die wir halt nutzen können, auch hier für diesen Bereich und versuchen natürlich jetzt auch hier KI-Modelle, wie gesagt, zu bauen, die eben noch vertrauenswürdiger sind. Da ist nochmal das Projekt. Da wird es um die 20.000 GPUs haben. Das ist dann schon ganz ordentlich. So eine Plattform, die wir da haben, wird typischerweise so aussehen. Wir haben halt unten verschiedene Layers von Hardware. Dann wieder unsere Software-Kits. Dann gibt es dort hier verschiedene auch Startups, die da wiederum mithelfen und da reingehen und ihre Lösungen bauen. Genau, das ist halt mal so ein Beispiel, wie wir auch mit dem Startup-Ökosystem hier zusammenarbeiten. Ich habe hier noch ein kleines Mini-Video mitgebracht, wie das denn auch mal aussieht, wenn man Omniverse sozusagen in Action hat, wenn man Avatar-Technologie, Visualisierung, Natural Language Processing, Speech AI und so weiter alles kombiniert. Und dachte ich mir, es ist vielleicht mal interessant zu gucken, weil das eine oder andere Startup möchte ja vielleicht alles mal implementieren, um sowas zu haben oder auch Teile daraus. Da kann man mal ganz gut schauen, wie sich das denn anlässt, wenn man das mal kombiniert. Hi. Hello. Hello, Toy Jensen. Hi. Please ask me anything. What are the greatest threats of climate change? The greatest threats of climate change are the effects on human health, food security, water supplies, and the environment. How do astronomers look for exoplanets? Most exoplanets are found via the transit method. That was the case for the TRAPPIST-1 planets. Tell me more about that method. The transit method is when a planet passes in front of its star. The amount of light block tells astronomers the size of the planet. The duration of the transit tells astronomers the orbital period of the planet. What telescopes use that method? The Kepler Space Telescope used the transit method to find thousands of exoplanets. I've heard about a satellite called TESS that is used to find planets. How does it work? TESS is a space telescope that looks for transit. What do you always do? TESS is a space telescope that looks like this. I think the idea is clear at this point. Also, the really special thing is not just the visualization, which is of course, with omniverse, photorealistic things, but the really important thing here is the big NLP model. That is a large language model, which is a large language model, which is not prepared for these questions, sondern einfach nur mit einem riesen Korpus trainiert und im Endeffekt kann dieses Modell halt ohne Fragen im Endeffekt nachher beantworten. Und die Stimme, das ist die Stimme von unserem CEO, der hat damit so eine halbe Stunde trainiert und dann kann das System die eigene Stimme übernehmen. Also, das ist jetzt sozusagen möglich mit den Large Language Models und auf so einem Supercluster wie bei Hashing AI kann man solche Dinge eben auch trainieren. Neben Omega Tron ist eine der Software, die man, oder Softwarepakete, die man dazu braucht. In den letzten paar Slides, und dann gehen wir, glaube ich, auf die Fragen auch, habe ich noch ganz kurz zusammengefasst, wie man, ja, wie man da einsteigen kann, wie man sich einbringen kann. Wie gesagt, die Entwickler-Community ist recht groß mittlerweile. Wir haben sehr viele, ja, Ressourcen, wo man sich einfach inspirieren kann. Und die Kataloge, die wir da haben, vortrainierte Modelle und dergleichen mehr, 150 FCKs, wie gesagt, Startup. Diese Folie, die stimmt nicht mehr. Die Folie, das müsste eigentlich 10.500 heißen. Gerade in den letzten Monaten extrem viele neue Startups in unser Inception-Programm halt aufgenommen, was bei By the Way nichts kostet. Also, man kann sich anmelden und dann kann man diese Sache einfach mal ausprobieren und mit uns in Kontakt treten, mit unseren Partnern. Und dieser NGC-Katalog, das ist eigentlich wirklich eine Goldgrube aus meiner Sicht, weil ich mir da einfach diese vortrainierten Modelle schon mal ziehen kann und dann eben abändern. Und da gibt es halt auch beschleunigte Varianten von bestimmten Software-Paketen. Die kann ich mir mit Docker-Pull eben ziehen. Und es gibt auch so Helm-Charts, also die helfen dabei, sozusagen solche Modelle zu deployen. Und es gibt hier auch so eine Report, also was ist das Modell eigentlich genau, was ich mir gezogen habe, wie wurde das trainiert und so weiter. Und es funktioniert halt überall. Wenn ich jetzt halt einen eigenen kleinen Rechner zu Hause habe und schon mal erste Codes darauf habe laufen lassen, kann ich das auch einfach denselben Code irgendwo ins größere Cluster schieben und dann dort rechnen lassen. Da geht es halt schneller. Aber der Code ist überall gleich ausführbar. Dieses Deep Learning Institute könnte spannend sein. Da gibt es viele Kurse zum Deep Learning, aber eben halt auch für alle möglichen beschleunigungsrelevanten Themen, wie zum Beispiel eben Rapids. Und da gibt es halt auch dann Anwendungsbeispiele. Und das sind so Kurse, die gehen, sagen wir mal, so vier Stunden. Und für einen gewissen, glaube ich, geringen Unkostenbeitrag kann man sich das anschauen. Es gibt manchmal auch die Situation, dass Unis das als Paket nehmen und dann halt viele Leute sich das anschauen. Und das nehmen große Firmen, die ihre Data Science Teams damit aufschlauen sozusagen, aber eben auch Studierende oder Gruppen von PhDs, die sich das sozusagen anschauen. Und das sind auch eben Hands-on Beispiele, die übrigens ganz allgemein für Deep Learning und so benutzt werden können. Und GTC ist eben unsere Hauptkonferenz, die ich empfehle, um Überblick zu bekommen, wo sind wir, was ist der Status Quo bei KI. Wie gesagt, nicht nur eine reine Nvidia-Veranstaltung, sondern viele, viele andere, auch Silicon Valley-Firmen, die dort präsentieren. Und das letzte Kommentar noch zu dem Inception-Programm. Es geht halt dort auch nicht nur darum, einfach nur die Technologie kennenzulernen. Man kann auch übrigens Technologie kaufen zum Discount. Also da kriegt man dann den akademischen Discount sozusagen. Auch die Startups kriegen das dann. Sondern es geht auch darum, wirklich mit den Startups in Dialog zu kommen, denen zu helfen, die auch zu verbinden mit unseren Kunden. Zum Beispiel gibt es ja B2B-Startups, die wollen einfach mal mit einer Bank oder Versicherung in Kontakt kommen und dort vielleicht auch mal pitchen. Bei sowas können wir natürlich behilflich sein. Und es gibt auch noch die VC-Alliance. Das heißt, da gibt es einige ausgewählte Venture-Capitalisten, die halt sozusagen dann auch, die man verbinden kann mit den Startups, wenn es um Geld geht. Klar, weil man braucht natürlich, wie jedes Startup, immer und ständig neues Geld. Genau. Und wir können halt gemeinsam Webinare machen, Blogs oder zum Beispiel auch in diesen GAIA-X-Projekten so gemeinsam arbeiten. Das ist einfach auch dann, denke ich, ein gutes Instrument, um sich sichtbar zu machen, um zu zeigen als Startup, wir sind hier, wir arbeiten hier, wir haben einen Technologie-Partner wie zum Beispiel NVIDIA und machen hier relevante Sachen. Genau. Das war eigentlich erstmal bis hier sozusagen die Präsentation. Und vielleicht spreche ich hier einfach mal und sage erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Und haben wir noch ein paar Minuten gern für Diskussionen. Super, Jochen. Vielen Dank für den Einblick. Sehr spannend.